Du kriegst jetzt hier noch eine Probe hängen. Nicht gut. Denk dran, nur oben rechts drücken. Nicht vorne. So, viel Spaß. Danke. Rückwärts runter, wo mit Kopf nach unten ist, vorne oder hinten. So, jetzt einmal schön runter und die Beine anwinkelt. So, wenn du dich jetzt durchstreckst mit dem Bein, kommst du... Genau, streckst du mal durch. Genau, sieht auch besser aus. Und dann kannst du den Kopf mal in den Nacken nehmen und dann nimmst du ihn nochmal nach vorne an die Brust ran. Damit du mal einen schöner Rücken schwenk kriegst mit dem Kopf. Ja, aber hier ist die Kante. Alles klar. Na, aber die Kamera ist da drin. Das läuft so. Das ist ja der Steffensproblem. Ist ja nicht der Problem. Achso. So, ja. Super. Ich wollte gerade sagen, jetzt weiter meine Ruhe hoch. Ist das schon an? Ja. Ist das schon an, Leute? Ja. Dann komm her. Komm mit zu uns mal. Okay, komm her. Lass dir noch Bescheid, Marco, bitte? Ja. 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 Ich schaue mal wieder an den Weg zu laufen. Was sieht irgendwann aus? Okay, Hand hier runter. Okay, rein vom Hof. Jawoll, alles wahr? Ja. Dann super. Danke. Du siehst ja gar nichts. Drei. 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 Eins. Kontakt. Du kannst oben drauf drücken? Ja. Warte. Äh.